was da wer drinnen ist na weiß ich nicht weißt du wo er ist ziemlich rechts ist er bei dir im e-camp nirgendwo das ist fein das war so ein lagschuss von ihm war und so richtig behindert von mir ich habe wohl verletzt Da ist man hinter einer Barrikade. Ja genau da.